Am Zeitpunkt seines Todes wusste Leonardo nicht, ob er unsterblichen Ruhm erlangen würde. Wahrscheinlich wäre er überrascht gewesen zu erfahren, dass er ihn letztlich seinen Gemälden verdankt. Denn für ihn war die Suche nach der Wahrheit hinter allen Dingen, wie er sie in seinen Notizbüchern festgehalten hat, seine größte Errungenschaft. Aus heutiger Sicht sind diese Bücher noch immer bahnbrechend in Bezug auf ihr weitreichendes Wissen über Unverständnis von der Natur. Wären sie bereits zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden, hätten seine Ideen vielleicht den Lauf der Geschichte, der Entdeckungen der Menschheit und der Entwicklung der modernen Welt verändert.